Der erzkonservative US-Republikaner Jim Jordan ist bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses vorerst gescheitert. Bei einer ersten Abstimmung in der Kongresskammer in Washington verfehlte der Verbündete von Ex-Präsident Donald Trump mit 200 Stimmen klar die erforderliche Mehrheit von 217 Stimmen. Neben den Demokraten votierten auch 20 Republikaner gegen den Hardliner. Dieser bewirbt sich um die Nachfolge des vor zwei Wochen abgesetzten Vorsitzenden Kevin McCarthy. Jordan will jetzt versuchen, in weiteren Wahlgängen den parteiinternen Widerstand zu brechen und so das dritthöchste Staatsamt in den USA einzunehmen. McCarthy hatte bei seiner Wahl zum Vorsitzenden im Januar 15 Wahldurchgänge benötigt.